Dieter Mann ist ein deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Hochschullehrer. Seinen Durchbruch hatte er in den 1970er Jahren in Ulrich Plenzdorfs Die neuen Leiden des jungen W. Als junger Rebell Edgar Wiebo, den er über 300 Mal auf der Bühne spielte. In seiner Karriere spielte er in etlichen Theaterinszenierungen und in über 140 Film- und Fernsehproduktionen. Zwischen 1984 und 1991 war er Intendant des Deutschen Theaters Berlin. Zudem war er Mitglied der Akademie der Künste der DDR und seit 1993 der Akademie der Künste Berlin angeschlossen. Leben, Herkunft und Ausbildung Dieter Mann wurde als Sohn eines Arbeiters in Berlin-Tiergarten geboren und besuchte die Grundschule in Berlin-Pankow. Er absolvierte nach seinem Schulabschluss eine Lehre als Dreher im VEB Kühlautomat Berlin. Von 1955 bis 1957 war er als Facharbeiter im VEB Schleifmaschinenwerk Berlin tätig. Nach dem Abitur an der Arbeiter- und Bauernfakultät Friedrich Engels in Berlin begann er 1962 ein Studium an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin. Privates Dieter Mann hat einen älteren Bruder, der später als Auslandskorrespondent tätig wurde. Er lebt mit seiner Ehefrau bei Königs Wusterhausen am Krüpelsee. Seine im Juni 1980 geborene Tochter Pauline Knoff ergriff ebenfalls den Schauspielerberuf. Im Mai 2016 gab er bei einer Lesung am Deutschen Theater Berlin bekannt, dass er an Parkinson erkrankt ist. Karriere Theater Noch während des Studiums wurde Mann 1964 von seinem Lehrer Frido Solter an das Deutsche Theater verpflichtet und hatte seinen ersten großen Erfolg als Volodya in Unterwegs von Victor Rosso. Dieter Mann war von 1964 bis 2006 festes Mitglied im Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin, wo er eine Vielzahl von Rollen in zeitgenössischen und klassischen Theaterinszenierungen U. A. Den Tempelherren in Gotthold Ephraim Lessings Nathan der Weise, den Clavigo in Goethes Trauerspiel, über 300 Mal den jungen Rebell Edgar Vibo in Die neuen Leiden des Jungen W., den Trofaldino in Goldonestiner Zweierherren, den Demetrius im Sommernachtstraum, den Wehrhahn in Hauptmanns Biberpelz, den Creon in Der Antigone von Sophocles und den Odiseus in Ithaka von Botho Strauss in Erscheinung trat. Als Gast ist Mann nach Ausscheiden aus dem festen Engagement 2006 dem Deutschen Theater weiterhin verbunden geblieben und tritt zudem in diversen Rollen am Berliner Ensemble und am Staatsschauspiel Dresden auf. Engagements als Gastschauspieler führten ihn an das Deutsche Schauspielhaus Hamburg, das Schauspiel Frankfurt, die Wiener Festwochen, die Sächsische Staatsoper Dresden sowie an das Staatsschauspiel Dresden, die Bregenzer Festspiele, das Düsseldorfer Schauspielhaus, das Wiener Burgtheater und das Theater Basel. Mann hielt auch diverse Lesungen und trat mit literarischen Soloabenden auf. Film und Fernsehen 1965 gab Mann sein Filmdebüt in Gerhard Kleins Berlin um die Ecke in der Rolle des jungen Metallbetriebsarbeiters Olaf, der gemeinsam mit seinem Freund Horst gegen das schlechte Arbeitsklima angeht. Die Dreharbeiten wurden seinerzeit von der SED unterbrochen, da der Film dem Generationskonflikt zu kritisch erschien. Die Uraufführung des Filmes fand erst 1987 statt. Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre trat er vornehmlich in Nebenrollen auf. 1968 besetzte ihn Konrad Wolf in der Rolle des Willi Lommer in seinem Spielfilm Ich war 19. Unter Rainer Simon spielte er in dem DEFA-Märchenfilm Wie heiratet man einen König? Den Bauern. In Frank Bayers Vierteiler Die sieben Affären der Dona Juanita übernahm er die Rolle des Leverenz. In der Thomas Mann-Verfilmung Lotte in Weimar spielte er 1975 den Diener Karl. 1976 agierte er in dem Fernsehzweiteiler Auf der Suche nach Gatt, der auf einem Roman von Erik Neutsch basiert, der Bergarbeiter Eberhard Gatt, der eine Karriere als Redakteur und Journalist anstrebt und während eines Abendkurses seine zukünftige Frau kennenlernt, in der Titelrolle. 1978 war er in einer Hauptrolle in Bruno Kappels Adaption des Franz-Josef Degenhardt Stoffes Brandstellen unter der Regie Horst E. Brand zu sehen. Eine weitere Hauptrolle hatte man 1980 als der in der Midlife-Crisis befindliche 40-jährige Bibliothekar Karl Erb in Hermann Schoches Glück im Hinterhaus, der frei auf dem Roman Bohreidensesel von Günther de Bruin beruht. 1981 war er Fernsehliebling der FF dabei. 1986 trat er in allen sieben Episoden von Christa Mühl's Weihnachtsgeschichten in unterschiedlichen Verkleidungen und Rollen auf. Nach der Wende war Mann in einigen Produktionen auf der Kinoleinwand und im Fernsehen zu sehen. Er übernahm wiederholt Gastauftritte, U. A., in Serien wie A.S., Gefahr ist sein Geschäft, Peter Strom, Tresco, Ein starkes Team, Stubbe, Von Fall zu Fall, In aller Freundschaft, Rosa Roth, Bella Block und Mehrfach im Tatort. Von 1998 bis 2007 war neben Ulrich Mühe in einer durchgehenden Serienrolle als Professor Dr. Sigmar Bonzio zu sehen. In Frieder Wittichs Filmkomödie 13 Semester übernahm er die Rolle des Professor der Thudarmstadt. Schäfer 2011 war er neben Renate Krössner in Vergiss dein Ende als der an Demenz leidende Günther letztmals auf der Kinoleinwand zu sehen. Seine letzte Rolle vor der Kamera hatte er 2014 an der Seite von Michael Gwistek, Anna Loos, Ursula Karusseid, Jutta Wachowiak und Marie Gruber in Udo Wittes Fernsehkomödie Die letzten Millionen. 2020 erhielt er den Ehrenpreis des Deutschen Schauspielpreises 2020 für sein Lebenswerk. Hörspielarbeiten Dieter Mann betätigt sich auch als Hörspielsprecher. Ab 1968 las er kontinuierlich zahlreiche Hörspiele für den Rundfunk der DDR ein. 2001 las er gemeinsam mit seinen Schauspielkollegen Otto Sander, Ulrich Mühe, Dagmar Manzel und Katharina Thalbach im Rahmen von Die Lieblingsgedichte der Deutschen. 100 Gedichte Mehrere Gedichte 1. U. A. Stufen von Hermann Hesse Auszeichnungen 1981, Fernsehliebling der FF dabei 1984, Nationalpreis der DDR, 2. Klasse für Kunst und Literatur 2004. Ehrenmitglied des Deutschen Theaters Berlin 2020, Ehrenpreis des Deutschen Schauspielpreises 2020 für sein Lebenswerk.